Seid mir gegrüßt meine lieben Nakama zu One Piece Talk und Theorien. Diesmal geht es um Sanji, sein Königshaki und warum wir es wahrscheinlich schon im Egghead Island Arc sehen werden. Seit im Wano Kuni Arc Zoro endgültig sein Königshaki erweckt hat, er hat ja im Verlauf des Onigashima Strang das eine oder andere Mal eine Art Königshaki eingesetzt und schon so vor in der Story konnte man erahnen, dass dieser Charakter dieses spezielle Haki beherrscht. Doch erst im Kampf gegen King war es endgültig soweit und Zoro setzte es bewusst im Kampf gegen diese Katastrophe von Kaido ein. Und auch bei Ruffy war das nicht anders, schon zu Beginn hat er immer wieder mal Anzeichen von Königshaki gezeigt, beispielsweise im Kampf gegen das Haustier von Duval oder auch natürlich auf Amazon Lily. Aber als es soweit war, dass Ruffy das bewusst eingesetzt war, naja das dauerte dann noch eine Zeit lang bis zum Marine Fort Arc. Und warum der Marine Fort Arc und der Wano Kuni Arc so wichtig für das Königshaki sind, das werdet ihr jetzt von mir erfahren. Und warum ich mir natürlich auch denke, dass Sanji jetzt im Egghead Island Arc sein Königshaki erwecken muss. Wir beginnen einfach mal mit Monkey D. Ruffy, unserem Protagonisten von One Piece. Und wir wissen mittlerweile nach dem Wano Kuni Arc, er ist auch der Sonnengott Nika. Zumindest kann er sich in diesen verwandeln mit seiner Hit-to-Hitonomie, mystisches Modell Nika. Wir wissen alle, Nika ist der Krieger der Befreiung bzw. the Warrior of Liberation. So hieß auch damals das Kapitel, als Ruffy in Skier 5 gewechselt hat. Und jetzt denken wir doch einfach mal ein bisschen nach über den Marine Fort Arc. Was war die Motivation für Ruffy, nach Marine Fort zu gehen, richtig Ace zu befreien? Was ihm damals nicht gelungen ist, aber wir können uns natürlich vorstellen, hätte er damals schon ins Gear 5 wechseln können, wäre er damals schon Nika gewesen, dann wäre die ganze Sache auf Marine Fort vermutlich anders gelaufen. Aber ich finde, diese Parallele der Krieger der Befreiung erweckt sein Königshaki im Arc der Befreiung, auch wenn es am Ende nicht geklappt hat. Und nun kommen wir zu Zorro. Zorro hat ja auch sehr lange gebraucht, bis er sein Königshaki gezeigt hat. Ich möchte ihn damit gar nicht kritisieren, es hat mich nur schwer verwundert, weil wir hier von einem richtig krassen Charakter sprechen, der das eigentlich schon viel früher hätte lernen müssen. Doch warum hat das jetzt so lange gedauert bis in den Wano Kuni Arc? Das liegt einfach daran, dass auch Zorro eine Art Krieger ist, nämlich der Krieger des Schwerts, beziehungsweise der Krieger der Samurai. Damals gab es nämlich im Alabaster Arc, und der wird jetzt auch gleich für Sanji nochmal ganz schön wichtig werden, damals hat nämlich Nefertari Vivi, oder sollten wir sie besser Nefertari D. Vivi mittlerweile nennen, völlig random Zorro als Mr. Bushido bezeichnet. Okay, das macht ja auch im Grunde Sinn, denn Zorro hat einen ähnlichen Kleidungsstil wie die Leute aus Wano Kuni, was natürlich darauf fußt, dass seine Vorfahren aus Wano Kuni stammen, denn er stammt ja aus dem Dorf Shimotsuki, das im East Blue von eben Aussiedlern von Wano Kuni gegründet wurde, allen voran natürlich Shimotsuki Kozoboru. Und natürlich kämpft er mit Katana, also dem bevorzugten Waffe eines Samurai. Man könnte also sagen, Vivi hatte ihn damals Mr. Samurai genannt. Und wann er weckte Zorro sein Königshaki, ich hab's eingangs schon erwähnt, in Wano Kuni, dem Land der Samurai. Doch kommen wir nun zu Sanji. Sanji ist zum einen einer der Flügel des Piratenkönigs. Das ist relativ wichtig, nicht nur in Kapitel 1020, als Nico Robin dies das erste Mal erwähnte, dass Sanji es wert ist, einer der Flügel des zukünftigen Piratenkönigs zu sein. Denn Eiichiro Oda hatte bereits damals in Band 73 den Titel Die Flügel des zukünftigen Piratenkönigs genannt. Und das natürlich in Bezug auf Zorro und Sanji. Nämlich den beiden Mitgliedern, den Ruffy am meisten vertraut. Wobei ich halt hier nochmal anmerken möchte, natürlich in Sachen Kampfstärke. Und bei Flügeln ist es natürlich wichtig, dass die beiden sich nicht nur ergänzen, sondern auch mehr oder weniger gleich stark sind. Kleine Anmerkung, bevor hier ein paar Zorro-Fans ausrasten. Beide Charaktere haben hier und da ihre Vorteile. Der eine ist besser in dem einen und der andere in anderen Dingen. Aber am Ende ist es natürlich so, dass Zorro immer der Stärkere von beiden bleiben wird. Das ist einfach das Ranking innerhalb der Strohhutbande, was sich seit Beginn der Story auch nicht verändert hat und höchstwahrscheinlich auch niemals verändern wird. Es sei denn, es passiert etwas vollkommen Unerwartetes. Aber das bedeutet auch natürlich, dass Sanji jetzt nachziehen muss mit Ruffy und mit Zorro, die ja nicht nur die beiden Flügel des Piratenkönigs für Ruffy sind, sondern sie sind ja auch zu dritt das Angriffs-Drio, das sogenannte Monster-Drio. Kleiner Fun-Fact am Rande. Monster-Drio wurde im Manga niemals so erwähnt, in dem ein oder anderen Databook, aber der Begriff stammt eigentlich aus der Fan-Community und ist mittlerweile einfach etabliert. Ob oder diesen Begriff offiziell irgendwann mal im Manga verwenden wird, das bleibt natürlich noch ausstehend, aber ich hoffe es natürlich, denn während nämlich Big Mom ihre Suite-Commander hatte und Kaido natürlich seine Katastrophen, hätte ich es cool gefunden, wenn die Kaiser-Kommandanten von Ruffy das Monster-Trio geworden wären. Also natürlich wäre Ruffy dann kein Mitglied mehr des Monster-Trios, aber wir hatten ja ebenfalls im Wano Kuni einen offiziellen Neuzugang mit Jinbei, der mit Sicherheit auch mit einem Zorro und Sanji mithalten kann, wobei ich natürlich den beiden immer ein bisschen den Vorzug geben kann, denn Jinbei ist im Grunde eigentlich ein fertiger Charakter, der wird sich nicht mehr großartig verändern, kommt meistens auch über die Erfahrung und Zorro und Sanji, die haben einfach noch extremes Entwicklungspotenzial, natürlich vor allem im Falle von Sanji, dem Königshaki. Doch wie komme ich jetzt darauf, dass es im Egghead Island Arc passiert? Ich habe euch ja schon erklärt, der Krieger der Befreiung, Ruffy, hat sein Königshaki bewusst erst dann eingesetzt, als es in einem Arc um Befreiung ging, nämlich damals von Ace und bei Zorro hatten wir das nun im Lande der Samurai, weil er eben quasi der Krieger der Samurai, der Krieger des Schwertes. Doch was haben wir erfahren über Sanji, ebenfalls in Wano Kuni, im Kampf gegen Queen? Richtig, Sanji ist der Krieger der Wissenschaft und wo befinden wir uns gerade? In Egghead Island, dem Land der Wissenschaft. Und da wäre es doch einfach passend, wenn Sanji an diesem Punkt eben sein Königshaki erweckt und ich denke, dafür gäbe es sogar den ein oder anderen Anlass. Aktuell kämpft er gegen den S-Shark, also den Klon von Jim Bay und er ist auch einer, der bisher noch nicht weiß, wie die ganze Sache mit der Verteidigung der Lunaria funktioniert. Ich schätze natürlich Sanji ein klein wenig cleverer ein als Ruffy und Zorro, so dass er auch selbst dahinter kommen könnte, aber reicht dann seine eigentliche Stärke? Er hat ja sein Feuer verstärkt und das wird auch visualisiert, dadurch, dass es nun blaue Flammen sind, aber gegen einen im Grunde Fischmenschen wie den S-Shark wäre das eventuell kein großer Vorteil. Außerdem hat er natürlich noch das grüne Blut und kann die Kräfte der Schwimm-Schwimmfrucht einsetzen. Also hier einmal vielleicht ein bisschen mit Königshaki zu arbeiten, wäre gar nicht mal verkehrt, aber Sanji kann das natürlich nicht einfach sofort einsetzen, sondern es muss ja erstmal in seinem Körper erweckt werden, was natürlich auch bedeuten könnte, dass der ganze Egghead Island-Ark noch etwas länger dauern wird. Aber das haben wir sowieso erwartet, denn wir erwarten ja den großen Egghead Island-Vorfall und es sind ja viele Gegner auf dem Weg nach Egghead Island, unter anderem der Admiral Kisaru, den wir sowieso schon ziemlich häufig gegen Sanji am Ende der Story gestellt haben, weil Kisaru ebenfalls die Pikapikanomie besitzt, also die Funkelfrucht und damit so schnell sein kann wie das Licht und Sanji eben fast der schnellste Charakter in der Strohhutbande ist und natürlich auch noch ein super Observationshaki hat. Also die beiden könnten hier eventuell aufeinandertreffen und dann wäre das vielleicht der Moment, wo Sanji nochmal über sich hinaus wachsen muss und das Königshaki in seinem Körper erwecken muss. Und dass er die Veranlagung hat, das Königshaki einzusetzen, das haben wir vielleicht durch viele Foreshadowings schon bereits in der Vergangenheit von One Piece bekommen. Denn auch hier gehen wir wieder in den Alabaster-Ark, denn er wurde zwar nicht Mr. Bushido genannt, hat sich aber selbst einen Codenamen gegeben, als er sich mit Sir Crocodile unterhalten hat, nämlich Mr. Prince. Okay, vielleicht war das ein Foreshadowing darauf, dass er zur Winsmoke-Familie gehört und er ja tatsächlich so etwas wie ein Prinz ist, denn die Winsmoke-Familie ist tatsächlich eine Königsfamilie aus dem North Blue. Aber König und natürlich Königshaki oder dem Herrscher-Haki, dem Tyrannen-Haki, das passt ja auch sehr gut. Und vor allem Tyrannen-Haki, da wir ja wissen, dass die Winsmokes sogenannte Tyrannen waren und eigentlich das große Ziel ist, über den gesamten North Blue zu herrschen. Sanji gilt natürlich als der Fehlschlag der Germa-Doppel-6, aber mittlerweile müsste sogar Winsmoke-Judge zugeben, dass Sanji eigentlich sein größter Erfolg ist. Er ist nicht nur der Krieger der Wissenschaft, sondern auch der Krieger der Emotionen und auch das hat Eiichiro Oda damals erklärt, dass das Feuer, was Sanji erzeugen kann, durch seine Emotionen entsteht. Und ich denke auch, Königshaki ist etwas, das durch Emotionen entsteht. Natürlich, es ist die Verkörperung des eigenen Willens, aber da spielen natürlich auch immer sehr viel die Emotionen mit, wie beispielsweise als Ruffy das erste Mal Königshaki eingesetzt hat oder Ace in der Vergangenheit oder auch ein Doflamingo, die das ja bereits auch schon in Kindesbeinen eingesetzt haben, unterbewusst, weil ihre Emotionen einfach übergekocht sind. Und auch da könnten wir vielleicht einen Hinweis bekommen, dass Sanji definitiv das Königshaki irgendwann einsetzen wird. Vielleicht jetzt noch nicht im Egghead Island Arc, es passt einfach nur so perfekt, weil er eben auch der Krieger der Wissenschaft ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, zu 99 Prozent, dass er es bis zum Ende der Story einsetzen wird, weil es einfach sehr gut zu diesem Charakter passen würde. Und welches Upgrade sollte Sanji sonst noch bekommen? Außer natürlich das Königshaki, das Haki, was ihm noch fehlt. Und dann haben wir vielleicht am Ende der Story gar keine blauen Flammen, sondern er kann es mit dem Königshaki kombinieren und wir bekommen am Ende sogar noch mal schwarze Flammen. Ihr könnt mir jetzt aber gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Glaubt ihr, dass Sanji das Königshaki in sich trägt, dass er es erwecken kann? Und glaubt ihr, es passiert bereits im Egghead Island Arc, der uns wahrscheinlich noch richtig coole Kämpfe verspricht? Immerhin ist nicht nur Kisaru und der Gorosei, J. Garcia Saturn unterwegs, sondern auch ein Schiff der Blackbeard-Bande. Und nach dem Ausschlusskriterium sind darauf Lafitte und Katharina Devon. Also auch zwei potenzielle Gegner für Sanji. Natürlich, Devon ist eine Frau, aber wir kennen alle ihr Hobby. Und wenn ihr es nicht kennt, dann googelt das mal gerne nach. Ist nämlich ganz schön schrecklich und etwas, was Sanji gar nicht gefallen dürfte. Ich bin gespannt auf euer Feedback und wenn euch dieses kleine Theorien-Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal für mehr One-Piece-Theorien und natürlich viel mehr One-Piece-Content. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch für euer Einschalten und Zuhören. Bleibt gesund, bleibt am Leben, bleibt One-Piece gewogen, bleibt mir gewogen. Ade!